Ja, wer ist ein guter? Wer ist ein guter? Mit diesen ganzen kryptischen Antworten lese ich mich und wuse mich da durch, als wäre ich hier so ein fucking FBI-Agent. So, ist das für mich gewesen oder für sie, die Farbpalette? Es sieht so aus, als wäre es für mich gewesen. Oder auch nicht. Mit den Engeln. What the hell is... Ha! Ähm... Nee, ist für sie gewesen. I like that. I like Okachi. God damn! Holy shit! Dieses Outfit, ne, was sie jetzt anhat. Es erinnert mich irgendwie voll an Kill Bill. Aber das sieht sick aus mit dem weißen. Holy moly. Das sieht wirklich sick aus. Was ich für Bilder habe. Den T-Bows. Ja, ihr liebt die T-Bows. Ok, ab in die Schmiede. Ah, tisch vor. Finde ich auch. Unto. Dann zeig mal, was ihr da rausbekommen habt. Oh, Toni, was geht ab? Hilft dem Helden? Kein Problem. Hey Boss, I got something for you. Kaufe und rüste ein neues Kopftetail aus für Hunter. Bro, warum will der, dass ich mir Haare ändere, Kapuze ändere? Ich frag mich, wie du mit deiner Kapuze aussehen würdest oder einer Maske. Die Leute lieben das Geheimniswolle. Digga, er will einfach, dass ich mich umziehe wie... wie so eine Barbie, Alter. Stich mit dem Spitzenende zu und dann renn besser ganz schnell weg. Toni Stark. Ok. Blutrausch. Sekundärwertmodifikation für Helden kaufen. Ah, ok. Äh, machen wir hier Blutrausch. Forschung beginnen. Hier bist du, Hunter. Einen Symbioter-Sampler. Halt aus den alten dämonischen Pressen. Das ist nicht, was ich erwartet. Ja, ich bin für jeden Fall nicht nahe an dieser Sache. Du bist ein Doktor. Sag mir nicht, dass du Angst hast. Das ist bestimmt nicht eine Niedel. Du sagst Tomato, ein Gamma-infused Arc-Powered Laser-Tomato. Einerseits, wir sind gut zu gehen. Jetzt müssen wir knapp genug zu Venom zu nutzen. Lass mich raten. Du kümmert dich darum. Erwartest du ernsthaft, dass ich das Ding benutze? Äh, erwartest du ernsthaft, dass ich das Ding benutze? Lass mich raten. Und ich glaube, du hast ein Plan für das, auch? Ich bin nicht. Ich bin zu busy wrangling our friendly Forge-Dämon while ignoring Strange's advice in order to build a one-of-a-kind, Gamma-Powered Symbiote Extractor that burns hot enough to pierce the sun. Aber basically, wir müssen einfach die Pointe End in ihn und lassen die Device die Rest. Once wir das Ding, das Symbiote wird extracted und stored in die chamber. Die Fluid inside should maintain die Sample's molecular integrity indefinitely. I, uh, based it on the saliva he left on you during that last round. I see. And does Spider-Man, Peter, think it will actually work? I'm not sure. To be honest, I've kind of been keeping him out of the loop on this one. Look, Peter's a great kid. With a big heart. He looks at Venom and he doesn't see the same mucus monster we do. All he sees is Eddie Brock. From what he's told me, the two of them weren't exactly best friends before the Symbiote got thrown into the mix. But that doesn't matter to Peter. It's not gonna be easy to get that sample. We'll have to get real close. I know, Peter would give anything, including his own life to save Eddie. Guess I just don't want to see him distracted when the time comes. Look what happened to me with Bruce. And you believe I do, what is necessary. I have to cry about the Super League I have to cry. This decision must Peter treffen. Venom is not Banner, Tony. And Peter is not you. Well, that's the point. I... I look at Peter and I see... Well, maybe the person I could have been if I didn't let money, fame, and... my dad's war profiteering get the best of me. Maybe I just want to keep the kid... a kid... for as long as possible. Tony. End of the day, we got to find Venom first before any of this matters. Given his symbiote is happily sliming its way across the five boroughs, it's gonna be hard getting any kind of reading on him with conventional means, as in the non-demonically possessed kind. Thankfully there's always Auntie Caretaker and her magic mirror. I check in with her. Talk to you soon, Hunter. Here was the Super Link Nachricht von Michael Morbius. Das habe ich ja schon lange nicht mehr bekommen. Von Michael... Deadpool auch. Oh... Holy... Erstmal muss ich die Gamma-Hetik-Sachen öffnen. Oh... New coil. Let's get to work. Zeig mir meine Fähigkeiten. Let's gooo! Rende eine Resistenz auf Doctor Strange und einen Verbündeten an. Verbessert Heldenmut. Oh... Ich schwöre für Einzug einen Helden aus der Abtei. What? Und ziehe jetzt weiter... Oha! Die beiden nehme ich aber mit. Einfach einen vierten Helden holen. Du kommst jetzt hierher... Hey Bruder! Ich fahre gerade noch in der Buh... in der Wahlewanne! Du kämpfst jetzt! Dafür habe ich kein Geld, weil ich eine arme Sau bin. Tony ist zwar Millionär, aber wir können uns nichts leisten hier. So... Zeig mal her. Äh... Limbos... Portal raus... und Verstärkung rein. Naja... Cool! Mutant! Zurückwerfen... Ilianda, Asputina... Gegner K.O. 75 schon! Crazy! So... Du hast eine neue Karte bekommen... Strange! Weg mit dem Segen der Vishnanti! Keine Zeit dafür! 50% Chance pro Zug ein Heldenboot zu generieren! Oha! So... Super Link! Aufgepasst! Ich gehe mal los um Eigentum zu zerstören! Bist du dabei? Na klar! Das bin ich aufgefallen! Natürlich bin ich das! Das gehört zum Job! Gehört zum Job! Bist du dabei? Haha! Bist du? Du klingst bitter. Ja, ich? Hör auf, lass mich das für dich aufhören, Cupcake. Ich spreche hier nur Fakten. Keine Ahnung, ein Fanclub ist großartig. Es wird ein bisschen wunderschön, wenn sie selbst in Fiktion schreiben, aber es ist trotzdem schrecklich. Bleib auf die gute Arbeit. Es schlägt mein Ego. Warum nimmst du sie immer meine Fans? Sie sind meine Freunde. Was macht dich so sicher? Weil ich es sage, wir sind verwundbar. Being open and honest with one another shows trust. It also puts a big target on your back. Pass. It is a risk I am willing to take. Come back to me after it backfires, so I can rub it in your pretty little face. I'm gonna say it until the day I die and regenerate. The only person you need is yourself, Hunter. All that personal mumbo-jumbo just weighs you down. Oh, am Leben bleiben. Stellt in jedem Zug 31 Gesundheit wieder her. Freunters Level 2, okay. Team Freunters Level Stufe 8. I mean, er hat mich zwar gefühlt unbeleidigt, beziehungsweise aufgezogen, aber... Warum nicht, ist ja seine Meinung. Du bist wirklich ein großartiger Held, wahrscheinlich färbe ich auf dich ab. Könnten wir bitte unter vier Augen sprechen? Ich weiß nicht. Also, naja, du weißt, was ich meine. Na klar. Ja. Ich bin nicht verwendet, zu sehen, vampir in einer Kapel. Auch Blade rarely kommt hier. Natürlich. Die meisten vampirinnen würden nicht sterben in einem Ort wie dieser. Ich denke, du sagst, dass du nicht sterben bist. Hm. Ja, natürlich. Entschuldigung, ich bin nicht wie die meisten vampirinnen. Weil du ein Leben lebenst? Das ist ein Teil davon. Meine Macht aus einer Perversion von Wissenschaften. Also, ich habe nicht die vampirischen Schmerzen. Aber unsere Differenzen gehen deeper als das. Was meinst du? Für mich, ich bin nicht von ihren Schmerzen. Das ist eine interessante Perspektive. Aber du bist umgeben von Übernatürlichen. Du bist ein komplizierter Mann. Aber du bist umgeben von Übernatürlichen. Du hast gesehen, Nico hat Blutmagic. Ileana wurde von Dämonen gegründet. Und du stehst gerade in einer Pockettdimension. Siehst du mich als ein Fuhl? Ich denke, du verstehst meinen Punkt. Selbst die überwählte Technologie sieht es wie Magick zu denjenigen, die es nicht verstehen. Alles klar. Entschuldigung. Wie ich sehe es. Die Universität ist verletzend von fundamentalen Regeln. Wie gravity und nuclear fusion. Science und Magick sind nur zwei manchen. Ähm. Ich glaube Magie ist stärker als Wissenschaft. Wir sollten beides nutzen. Du klingst dich stark. Wir sollten beides nutzen. Wir brauchen alle Fuhl zu nutzen. Wir brauchen alle Fuhl zu nutzen. Wir brauchen alle Fuhl zu nutzen. Ah. Ich verstehe, warum Blade hier ist. Er ist sowohl eine Fuhl und eine Fuhl. Warte, bitte nicht ihm sagen, ich habe das gesagt. Ich verstehe nicht. Was bedeutet jemanden eine Fuhl? Es ist ein... Kompliment. Ah. Du möchtest nicht, dass du Blade wissen willst, dass du ihn in hohe Erstehm hältst? Ja. Genau. Das. Weirdes Gespräch, okay. Fülle die Doors-Anzeige durch Ausspringen von zwei Mobius-Karten. Okay. Kauf und rüste ein neues Kopf-Detail-Auswert. Mach mal neu. Ähm. Tony hat seine eigenen Dämonen. Könnte eine Selbstmordmission sein. Was ist mit Peter? Tony hat seine eigenen Dämonen. Ich weiß. Tony hat seine Dämonen mit Dr. Banner gemacht. Ich weiß nicht, dass er bereit ist, dass jemand jemanden für die Aufgabe ist. Ich weiß. Der Schmerz der Tony ist mit der Kursen der Perfektionismus. Und es gibt keine Magik, die ich weiß, kann das aufzuhören. Das wird jetzt nicht herausfinden, aber wir sollten etwas entscheiden. Zeit ist der Grund. Aber ich glaube, dass du das besser wissen, als jeder. Ach, zur Not mache ich das. Das ist kein Problem, Leute. Kauf und rüste ein neues Kopf-Detail-Aus. So, machen wir das eben. Piet Piet, wir reden sofort. So, Anpassung. Ey. Sorry, der Kater war da wieder am Blödsinn machen. Man kennt's. Nee. Kopf-Detail. Nee. Äh. Ich bin zu arm dafür. Piet is fucking Batman. Oh. Okay, dann gehen wir zu Pieter. Äh. Äh. Mach was die Maus hier. Wie viel Zeit habe ich dafür? Fünf Tage. Okay. Pieter Parker und neue Hofverbesserung. Ähm. Ja, wir gehen erst zum Hof. Ich hatte erst überlegt, zu Parker zu gehen, aber wir machen erst das Spouting und so. Sorry. Kurze Katzenmahls gehabt. Äh. Storm. Oh, komm, wir nehmen. Freundschaftspiel kann dir schaden, ne? Captain America. Oh ja, wer hat zehn. Kampfbonus selten. Starte die Mission mit vier Heldentuben, Alter. Sick. Fähigkeiten verbessern. Time to take it to the next level. Du währst Heldenkarten auf einer Hand bis zum Ende der Mission. Plus 23. Bis zum Ende der Mission. Dann ist da der Segen, der wir schnellen dir mal wenigstens, äh, brauchbar. Ähm. Spider-Man haben wir auch schon lange nicht mehr mitgenommen, ne? Auf einer Mission fällt mir gerade auf. Do your thing. Do your thing. So, Pete. Pete Park. How are you, Peter? You tell me, Hunter. I'm out of the loop on everything. They're off discussing, what to do about Venom and no one has said a word to me about it. Äh. Warte nicht, bis du gefragt wirst. Sie versuchen, dich zu beschützen. Sorry, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Ich entschuldige, wenn du davon aus dem Loop auf dem Weg geblieben bist, Peter. Wenn es keine Konzellation ist, ich glaube nicht, dass es malzulich sein soll. Jeder ist so verrückt, wie ich bin. Sie schrauben es einfach sehr tief, und dann wandern sich herum, als ob sie etwas in ihrer Armung haben. Es ist niemand besser für eine Mission gegen Venom als du. Ich weiß, ich sollte etwas machen. Weil gerade jetzt fühle ich mich ein bisschen nützlich. Vielleicht werde ich die Forge benutzen, um ein Lauf von Sourdough zu buchen. Ich bin wirklich in Starks Weg, bis er mich bemerkt hat. Du kannst dein Argument besser vortragen. Niemand wird zuhören, wenn du darauf bestehst. Du kannst dein Argument besser vortragen. Wenn du in Starks willst, wenn du dich interessiert hast, dann gibt es bessere Möglichkeiten, um dein Argument besser zu machen, als wenn du buchen. Ich warst mich über das, aber wenn du ein Argument hast, dann einfach auf ihn und ein Weg zu helfen. Okay, okay, du hast deine Argument gemacht. Ah, gut. Vielleicht werde ich mit dir sprechen. Excellent. Nur noch ein bisschen. Ich bin ein bisschen rustig. Das Sinister 6, hat mich verloren, auf meine Sprache-Klasse-Klasse. Oh, warte mal, Moment. Ähm, mir fehlt da ein Gloss für die Mission, ne? Vielleicht liegt er hier erst rum. Ja, jetzt liegen überall nur Kampfezenzen rum. Alter, das erste Mal, dass ich hier jemanden meditieren sehe. Die Kiste hat respawned. Die Kiste. Schnelle Reaktion. Kampfbonus. Okay. Äh. Vielleicht... Ach, egal. Scheiß drauf. Machen wir. Wait. Da fällt mir was ein. Wo ich gerade Ecke versehe. Wir hatten doch letztens den Zauberstab da bekommen. In lila, ne? Epic. Den können wir mal da oben platzieren. Und vielleicht. 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 Oh. Größere Hallsalbe. Nice. Vielleicht kriegen wir dann was Gutes daraus. Ich glaube, ich hab da noch so ein Amulett liegen oder so, ne? Ja. Den Zauberstab, genau. So. Dürfen wir nur nicht vergessen. Vergesst immer abends hier hinzukommen. Mal eins haben wir hier nebenbei. Guckst du so wie du Katze. Hau den zu in den Pool. Kann auch nicht schaden. Kann auch nicht schaden. Ja. Dann... So. Was ist denn hier? Kann man ja mal probieren, ne? Autumn does not enter. Lass mal sehen. Was haben wir auf der Karte? Neue Attacken. Hydro Lastwagen stoppen. Gammahelix und Credits. Gammahelix und Infospeicher. Gammahelix und Credits. Episch. Oh. Das hat... Äh... Normal. Die Stunde schlägt. Wir gehen hier hin. Credits und Gammahelix. Episch. Nehmen wir mit. Dann können wir auch da immer ein bisschen Spooderman leveln. Und... Ähm... Ja... Ich überleg grad Captain America mitzunehmen. Ja komm. Captain America. This is... Ah ne. Okay komm. Hör auf. Nehmen wir das. Cape Großer als Blade. Und äh... Spooderman zusammen ey. Berge die Kiste. Ja ja. Da müssen wir nicht immer erklären. Hydro-Hörse in dieser Aree cause'n Trouble. Let's take them down. Oh we can do that. Erlebt. Ähm... Schnell und provozieren. So. Wem verprobieren wir als erstes? Den hier. Guck mal hier. Der hier oben. Sonderlieferung. Kraftvolles Zurückwerfen. Ähm... Korreger! Welches denn das? Schutz verloren Danke 181 Kurettes Geil Machen wir die hier weg Vielleicht kriege ich noch eine schnelle Attacke Darauf hoffe ich jetzt Erkettung Komm schnell Mann Immun gegen zurückwerfen Wie sauber ist das denn alter Ah dann mach lieber hier Wenn wir mehr tanken können Wir haben 5 Helden Mut Alter what the fuck Was ist das hier So Kollege guck mal hier Pass mit Dich Wird keiner von getroffenes Ist der Mist Ist der Mist Ah hier die Stange vielleicht Pass auf Dann spring ich auf die Birne Watch me Zerschlitzt Oh er ist immer noch trapp Nice So Kann so Spiderman Kann das auch rumwerfen So So Das habe ich getankt Easy Aua Er analysiert mich Er analysiert mich Ich war nie hier Oh Oh Und Hol ich mir die Kiste 23 Angriffsessenz Wir sind hier gerade verbleibende Gegner Das hatte ich vor Schnell Mach ich Ich wurde getötet Hilfe Wieso Jetzt zieht sie alle zu sich Kann das irgendwie sein Das ist ja richtig weird Dann stelle ich mal hier in Spiderman Hui Ah in Richtung Spiderman Ja ok Gut Erlesen kann das kleine Vorteil Komm her Bruder Hier Die beste Abwehr erhält blocken in Höhe des verursachten Schadens für zwei Züge Na dann kann er auch einen umbringen hier Blade Ah Stab Level up Looking good Looking good Feeling good